Hallo und herzlich willkommen bei Medienklagemauer TV. Die Lebenserfahrung eines älter werdenden Menschen und die stetig fortschreitende Erkenntnis in Sachen Lebenszusammenhänge ist ein Schutz der Generationen vor allzu dummen Fehlentwicklungen innerhalb einer gesamten Gesellschaft. Doch gerade in diesen Tagen, wo wir die Lebenserfahrung der Vorgängergeneration dringender nötig hätten als je zuvor, fehlt heute die Generation der weisen Kreisen. Anstatt, dass die Alten ihren wichtigen Beitrag in der Gesellschaft wahrnehmen, der Nachfolgegeneration Wegleitung sind und zur Lösung unserer gegenwärtigen gesellschaftlichen Fragen und Probleme beitragen, sitzen die alten Leute heute oft dement oder mit Medikamenten ruhiggestellt in den Altersheimen vor dem Fernseher und vegetieren vor sich hin. Oder, wenn sie noch rüstig genug sind, tingeln sie ganz in der Manier des Zeitgeistes durch ihre letzten Jahre. Was für ein Verlust für die gesamte Gesellschaft, all die altbewährten Familienstrukturen so einfach über Bord zu kippen. Übel geplant und ausgeführt von all denen, die ursächlich für unsere gegenwärtige Krise von jung bis alt verantwortlich sind und neue, entwurzelte Gesellschaftsstrukturen umsetzen wollen. Darum auch Sie erleiden Sie nicht das gleiche Schicksal. Trainieren Sie mit uns Ihre Meinung und machen Sie Meinungsfitness wie ein Bodybuilder, auf das wir alle auch noch im Alter für die Jugend ein Vorbild sind und den Anschluss nicht verpassen. Wir sind nicht in der Schicksal. Laden Sie mir, wie ein großer Menschenfitness, die wir auf diese Seite machen wollen. ettleine